So, noch was? Dankeschön. Ja, ich weine mich. Dankeschön. Sehr praktisch, so eine kleine Haushaltshilfe. Ich bin gerade dabei, das erste Cover für diesen Kanal zu schneiden. Das werde ich auch nachher noch auf YouTube hochladen. Das heißt, wenn ihr das jetzt seht, dann habe ich das erste Cover schon hochgeladen. Wir singen da Ich und Du von Mark Forster und Anne Deppenbusch. Also wenn ihr euch das angucken wollt, dann klickt hier. Wir sind beide schon aufgeregt, wie euch das Lied gesungen von uns gefallen wird. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lieder kennt, wo ihr das Gefühl habt, dass die gut zu unseren Stimmen passen. Wenn ihr uns einfach die vorschlagt, dann nehmen wir vielleicht das Lied für unser nächstes Cover. Noch 10 Minuten und dann ist das erste Musik-Cover von Lilian und mir hochgeladen. Hier, das Lied gerade noch hoch. 10 Minuten noch. Jetzt gehen wir noch ein bisschen raus. Gehen wir ein bisschen spazieren. Ich nehme mein Skateboard mit. Es regnet. Mal schauen. Ja, ein Lied ist gepostet. Marie ist eingeschlafen. Die lege ich jetzt ins Bett. Und dann fahre ich, denke ich, nochmal zu dem Skatepark. Da habe ich jetzt nämlich richtig Bock drauf. Ich habe mich jetzt doch entschieden, zu Hause zu bleiben und möchte jetzt einfach mal meinen Schreibtisch-Chaos angreifen. Schaut es euch an da hinten. In den letzten Wochen ist das Chaos immer mehr geworden, weil Marie immer mehr Schränke und Schubladen da unten aufgekriegt hat. Anstatt irgendwelche Sicherungen hinzumachen, habe ich einfach angefangen, alles da oben auf die Fensterbank draufzulegen. Die Schubladen und Türen sind jetzt gesichert, also kann es jetzt richtig losgehen. Kurze Pause. Ja. Ah, das ist echt... Uh-hmm. Ja. Das ist... Ja... Bistos. 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 jetzt habe ich das stativ und den slider schon aufgehängt und mal ein bisschen in der wohnung mein ganzes zeug zusammen gesammelt und jetzt liegt viel mehr da wie vorher so ist noch einiges zu tun wir machen granatapfel zielwerfen mädchen ins bett gebracht die lauchquiche ist gleich fertig sehr lecker geworden schatz